Hallo zusammen, wir werden uns heute beschäftigen mit den Umkehrungen von Dreiklingen und den unterschiedlichen Benennungen, die es für diese Umkehrungen gibt. Wir starten mit dem uns schon bekannten C-Dur-Dreiklang in Grundstellung. Grundstellung heißt, dass der Grundton der tiefste Ton der Terzenschichtung ist, darüber werden die Terz und die Quinte in der sogenannten Englage geschichtet. Es wird also bei dieser Anordnung von Tönen kein Akkord eigener Ton ausgelassen. Wem dieser Lagenbegriff nicht sagt, kann sich gerne die ersten fünf Minuten meines Videos zu diesem Thema zu Gemüte führen. Selbiges verlinke ich in der Beschreibung. Von diesem Dreiklang kann man sogenannte Umkehrungen bilden. Für die erste Umkehrung oktavieren wir den Grundton nach oben, sodass ein Dreiklang gebildet wird, dessen tiefster Ton die Terz ist. Gleichzeitig wird damit das Prinzip der Terzenschichtung verlassen. Über den tiefsten Ton wird bei der ersten Umkehrung eine Terz gebildet und über dieser Terz wiederum eine Quarte. Das Rahmenintervall dieser ersten Umkehrung in enger Lage ist die sechste. Die zweite Umkehrung entsteht, wenn wir bei der ersten Umkehrung die Oktavierung des tiefsten Tons wiederholen. Somit wird die Quinte des Dreiklangs zum tiefsten Ton der klanglichen Gestalt, über der zunächst eine Quarte gebildet wird und über dieser Quarte liegt wiederum eine Terz. Das Rahmenintervall ist, wie bei der ersten Umkehrung in dieser engen Lage, die sechste. Neben den etwas umständlichen Benennungen der ersten und zweiten Umkehrungen haben sich folgende Begriffe etabliert. Zum einen kann man dem Dreiklangston folgen, der an tiefster Stelle liegt. Die erste Umkehrung heißt dann C-Dur mit Terz im Bass. Ihr merkt, dieses Terz, Quinte und so weiter bezieht sich immer auf die Grundstellung und die zweite Umkehrung entsprechend C-Dur mit Quinte im Bass. Der Grundakkord heißt weiterhin immer Grundakkord. Darüber hinaus kann man noch Begrifflichkeiten aus dem Generalbass verwenden. Die erste Umkehrung wird dementsprechend Sechstakkord genannt. Die zweite Umkehrung Quartsechstakkord. Hier ist es denke ich relativ klar, über den tiefsten Ton kommt eine Quarte und dann eine Sechste, jeweils im Verhältnis zum tiefsten Ton. Beim Sechstakkord könnte man sich fragen, warum heißt denn jetzt nicht Terz Sechstakkord und so. Wie es der Zufall will, habe ich auch hierzu ein Video gemacht und wer genauer darüber Bescheid wissen möchte, wie es zu diesen Bezeichnungen kommt und auch zu anderen Akkordbezeichnungen, die aus dem Generalbass kommen, der klickt auf den entsprechenden Link unter dem Video. Ich würde hier gerne noch auf zwei beliebte Fehler hinweisen, die meine SchülerInnen und StudentInnen mir immer wieder angeboten haben. Am meisten Fehler, so erscheint es mir passieren, wenn in einem Klaviersatz ein Akkord in der rechten Hand in enger Lage gespielt wird und durch einen Basston in der linken Hand ergänzt wird. Nehmen wir mal diesen hier zum Beispiel. Betrachtet man lediglich die rechte Hand, so sieht man unsere eben gebildete zweite Umkehrung von C-Dur. Der Bass aber steuert einen zweiten Grundton bei und da dies der tiefste Ton ist, steht somit auch der ganze Akkord in Grundstellung. Der insgesamt tiefste Ton ist also entscheidend für die Bestimmung der Umkehrung. Die Anordnung der Töne über dem Basston ist allerdings frei wählbar und hat keinen Einfluss auf die Bestimmung der Umkehrung des Akkordes. Das ist vor allen Dingen dann auch wichtig, wenn ihr Partituren untersucht, um den am tiefsten klingenden Ton geht. So ein Kontrabass, der kann schon mal über dem Cello notiert sein, spendiert aber den Basston dann dementsprechend eine Oktave tiefer, wodurch sich diese Umkehrung des Dreiklangs auch verändern kann. Also da bitte aufpassen. Eine zweite Fehlerquelle ist folgende. Wenn der zu bestimmende Dreiklang in weiter Lage erscheint, ist es oft hilfreich, eine Terzenschichtung zu erstellen. Entscheidend für die Bestimmung des Dreiklangs ist auch hier aber immer der tiefste Ton des Ausgangsakkordes. Nehmen wir zum Beispiel diese etwas unübersichtlich, sage ich mal, erscheinende klangliche Gestalt, ich weiß gar nicht, ob ich das übergreifen kann auf einmal, sowas, und form diese in die Terzenschichtung um. Das wäre folgendes. Oder in angenehmer lesbarer Lage sowas. Wie man sowas umformt, erkläre ich in einem weiteren Video, auch das ist natürlich unten verlinkt. Die Terzenschichtung redet gleichzeitig die Grundstellung des Akkords. Unser Ursprungsklang ist aber keineswegs eine Grundstellung. Die Terzenschichtung liefert uns einfach eine übersichtlichere Darstellung, die uns bei der Bestimmung vom Grundton, das wäre H in diesem Fall, und Tongeschicht helfen kann. Das wäre H-Dur. Um die Stellung des Ausgangsakkordes zu bestimmen, dürfen wir sie aber natürlich nicht benutzen. Hier müsst ihr euch die Frage stellen, welcher der Töne des Grundstellungsdreiklanges, also Grundton, Terz oder Quinte, im Ausgangsklang im Bass liegt. In diesem Fall ist es das Diss und dementsprechend die Terz von H-Dur. Und also handelt es sich hier um einen H-Dur-Dreiklang mit Terz im Bass oder eine erste Umkehrung oder auch einen sechsten Akkord. Das war's von mir. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat dieses Video ein wenig geholfen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute.